Es ist schon sehr viel passiert, ihr wundert euch daran, warum habe ich eigentlich nicht den selben Pullover an, wie am letzten Freitag. Wir nehmen an, verschiedene Tarn auf. Heute geht es echt darum, zwei Redale aufzubauen, plus die Rückwand aufzubauen. Ähm, ja, das heißt, wir haben wieder Schwerlastpedale, weil ich liebe eigentlich Schwerlastpedale, weil die relativ leicht, schnell und südlich aufgebaut werden können und nicht 3.000 Schrauben brauchen, wie andere Sachen. Ähm, ja, den brauche ich hier auf, dann sage ich, let's go! Musik 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 So, meine Damen und Herren, wir sind fertig. Ihr seht mich lauffach gar nicht, sehr düster hier hinten. Ähm, ja, hier ist nur noch die, äh, da hätte ich nicht verkracht, der Bohnen und Co. Äh, nur noch drauf machen und dann ist das Metall fertig. Als nächstes kommt dann das zweite, aber auf jeden Fall kommt dann auch noch auf der Seite, wo hier, Richtung Schreibtisch, äh, kommt dann so ein Brett hin und, ja, dann ist das ein bisschen abgetrennt. Ja, der nächste Schritt ist bereit. Ich habe eigentlich gesagt, ich baue vorher den anderen. Ich habe da doch nochmal kurz über, äh, mir gedanken gemacht. Ich baue vorher hier die Platte, die eine Seite auch, die andere mache ich dann, äh, hinterher, wenn der Schreibtisch dann mal steht. So, das heißt, ich habe hier schon mal kurz vor dem Board, nur noch, äh, kurz zurück und dann, natürlich kommt hier sehr viel Holz in den, das ist mir doch gerade aber auch echt egal. So, jetzt mache ich hier innen nochmal kurz, weil hier oben gibt es noch, den kann ich benutzen. Das heißt, wir haben hier alles schon mal so grob, schon mal zusammengelegt. So, das heißt, wir brauchen eine Schraube, ähm, dann, so, erstmal kommt Holz, dann die Beilassscheibe, dann noch meine Beilassscheibe und dann kommt die Mutter, ja. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir sind hier fertig mit dem ersten Schrank, daher das nächste Mal kann ich einräumen, daher das zweite Schrank baue ich dann auch noch auf. Ja, ihr seht jetzt da gerade eine Einblendung, wenn beide dann stehen und ja, ich sag euch vom Tag 11 erstmal einen schönen guten Tag, wir sehen uns und nimm am Gewinnspiel teil, was dieses Jahr läuft. Schönen Abend, tschüss!